Oh, fuck. Aber wir haben diese geilen Atemmasken. Ja, ich als nächstes. Die Unterwasserwelt. Moin Irish. Komm, gib Gas. Ich habe auch nicht so viel Lust hier unten. Schon geil irgendwie. Ich schwimme schon mit, äh, ja, Shift, also, so gesagt, sprinten, wenn das hier unter Wasser geht. Das ist Info. Also, schneller geht nicht. Weil ich gerade irgendwie die anderen ein bisschen verliere. Warte. War da gerade was? Oh. Ja, ich beile mich schon. Ja. Ja. Oh, scheiße. Ja. 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 Ja, da sind wir schon tot. Wir gehen da. Ja, da sind wir nicht. Ja, da sind wir das. Ja. Wenn wir sie rauskommen, werden sie Gehörer. Wir lassen sie. Das ist ein Verordnungsgericht. Du hast ihn geholfen, Garrison. Mann, mach dich! Hör auf, Soldaten! Gib mir das! Verdammt, ich will das nicht! Lass uns gehen! Gehen wir! Gehen wir! Gehen wir! Scheiße, Scheiße! Geh ihm zu Hause! Geh ihm! Wir müssen gehen! Hey, sie schlagen uns hier! Sie schlagen uns hier! Sie schlagen uns hier! Wer schlagen uns hier? Sie schlagen uns hier und haben uns hier! Ich weiß nicht warum! Sie schlagen das Missile und das Schiff und haben es? Das hat Sinn. Wir müssen gehen! Hey, ich will nicht hier! Nein, bitte! Sag mir meine Mutter! Sag mir meine Mutter, Hilfe! Ich kann nicht so sterben! Ich kann nicht so sterben! Ich kann nicht so sterben! Können wir die nicht wenigstens dann erschießen? Wir retten sie jetzt, oder wir erschießen sie! Wir retten sie jetzt, oder wir erschießen sie! Ja! Ja, dank! Komm, 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 komm! Das war so klar, dass denn da Feinde sind! Das war so klar, dass denn da Feinde sind! Achso, krank! Oh je, für auf! Juhl! Das war schief! Juhl! Peter, das war real! Komm, komm, komm! Mach das vielleicht zum Weg! Wir müssen weg sein! Oh Gott! Nein, was ist alles klar! Leute, ihr habt's damit zu Hause! Lass uns sie immer! Fick dich. Ja, jetzt will ich Zeit haben. Ach, ich darf gerade nicht. Ah, eine Shotgun. Ähm, okay, auch in Ordnung. Shotgun-Sniper hier im Schiff. Oh, fuck. Nein, oh mein Gott, das ist die Szene. Ah, vielleicht sind jetzt die anderen frei unter uns. Festhalten. Jetzt beginnt der Krieg. Ich weiß, dass wir Kontakt haben. Wow, das war knapp. Greift an. Alter Vater, ich muss hier weg. Ich hing fest. Alter Vater, da oben war eine ganz schlechte Idee. Darf ich nochmal springen? Das war cool. Auch wenn eine Leiche in der Luft hing. Ich will nochmal, ich will nochmal, ich will nochmal, ich will nochmal. Meine Sniperreflexe sind die besten, die ich je hatte. Ach, komm. Komm, greift an. Alter, was explodiert hier denn? Alter, was schießt denn hier? Alter Vater. Hier kommt doch irgendwo so ein scheiß RPG-Zeug an. Geflogen. Hier soll eine Waffenkiste sein, die will ich haben. Da. Ich möchte nämlich die gegen das hier wieder eintauschen. Die Sniper behalte ich mal eine Runde. Ich glaube das ganz gut. So, auch eliminiert. Leckt gerade ein bisschen. Also ich renne mal einfach weiter, ne? Hui, Explosion. Dafür kriegt man keine Punkte für die Kills. Frechheit. Alle mal weiter. Da war gerade schon das Gegnerboot. Na gut. Wuhu. Ja, mit der Ausrüstung zu schwimmen ist schon eine ganz schöne Hürde, glaube ich. Man wiegt ja nur ein bisschen. Komm, 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 komm. Oh, oh, oh. Sind wir tief. Uiuiui. Ah, bisschen Wasser bei mir im Boot drin. Kein Problem. Und vorne. Und vorne. Und vorne. Na, wo seid ihr da hinten? Da wisch ich nichts. Wer hat uns irgendwas von hinten? Nö. Doch, da. Stirbt mal. Hört auf, es ist scheiße zu springen. Okay, und die fucking Dinge kommen in den Arm. Lernst du vorgesehen? Wuhuuu. Das heißt jetzt erstmal Air Battle. Äh, Air Battle. Haha. Wasser Battle. Das ist mir auch gerade mal eine Fahrtrichtung. Egal. Ihr kriegt jetzt erstmal alle schön was auf die Fresse. Hier hab ich doch aber schon. Muhaha. Hey, da hab ich sogar was mit getroffen. Und Ausweichmanöver. Ja, Ausweichmanöver war eher ein Ramm-Manöver. Und wieder eine Kurve fahren. Ein weiterer Angreifer ist hinter uns. Jupp, das war der. Das ist unser Heli. Einfach mal raufschießen. Das macht ziemlich Bock, man merkt das gerade bei mir. Ja. Ja. Usa ist zwölf. Die hab ich noch nicht. Wupp. Wupp. Ja, das ist mein Wasser ist leicht verbuggt. Leider. Aber die Wasserhäuser an sich ist schon ziemlich geil. Das muss man lassen. Okay, der Helis scheint feindlich zu sein. Ja, hab ich doch gesagt. So zerstört man den Helikopter. Ja, wir kommen. Wir haben alles eliminiert, was es hier gibt. Und jetzt kommen wir. Ja. Mehr als Gas geben kann ich nicht. Wir sind nicht. Okay. Wie ist das? Ich bin jetzt. Das ist diem für wunderschön. Wir sind nicht. Wir sind doch nicht so, dass wir kommen. Wir haben die Wunderschön weiter. Wir sind nicht sicher. Wir sind nicht so. Wir sind doch nicht so. Jetzt wird... Oh, ja, 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 ja. Alter, der setzt einen ganz schön zu. Worüber ist der verpackt? Als Zweitwaffe möchte ich... ... auch ein Stummgewehr und zwar das. Ich komme mit Stummgewehren, am besten klar. Ja, komm, komm, komm. Warum muss ich eigentlich mal die Türen aufmachen? Ich darf ja nicht gucken, wie man wieder nicht richtig die Treppen hochgeht mit den Füßen. Finde ich mal witzig. Komm, komm, komm. Oh, eine Gadget-Truhe. Hm, ähm, Leute. Wir warten, bis der wiederkommt. Das war der Pilot. Ja, guter Schuss, Sergeant. Gadget, ähm, ich möchte die und als Gadget 2 möchte ich die Stinger. Flugabwehr und Panzerabwehr. Oder nämlich die M3-16, nicht nur die M3-16, das ist. Okay, da habe ich ja noch das, was ich haben möchte. Also, ich habe jetzt hier das Ding. Und, tschüss. Der hat schon mal eine drin, weil ich glaube, die Helis werden wir gleich nochmal begegnen. Alright, wir bleiben in Türen. Go, go, go. Go, go, go. Oh, das Ding hat nicht geschützt. Oh ja, hier ist ja ganz schön was los. Granatenschweißer. Heilige Scheiße, weiter, weiter, weiter. Moment, hier soll eine Muni-Kiste stehen. Oh. Da. Okay, bin voll. Go, 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 ich komm hier schon. Und go.